Einst herrschten die Menschen über Tyria. Jetzt können wir kaum die Stellung halten. Man hat uns bezwungen, zurückgeworfen und erniedlicht. Aber wir geben nicht auf. So viele Nationen sind gefallen. Nur Kryta bleibt standhaft. Wir sind stark im Glauben, obwohl die Sechs schweigen. Wir werden tapfer Widerstand leisten in Götterfels. Die Stadt ist mein Zuhause. Ich stamme aus noblen Verhältnissen, aus Götterfelsadel und Privilegien bringen Verantwortung mit sich. Ich beschütze die mir unterstellten einfachen Leute. Sie glauben an mich. Ihr Vertrauen ehrt mich. Ich werde sie nicht im Stich lassen. Heute wollte ich mich vor die Stadttore wagen und die Welt mit eigenen Augen betrachten. Aber als ich Shemur errechte, wurde es von Centauren belagert. Unschuldige Dorfbewohner sind in Gefahr. Sie brauchen Hilfe. Ich zeige den Menschen, dass wir siegen können und es noch Hoffnung gibt. Das ist meine Geschichte. Ich glaube, so heißt der Titel des Spiels oder der Folge. Willkommen zurück. Verteidigung von Shemur. Und da sind wir. Und die haben keinen Ton? Oder kommt das Spiel noch? Wuff. Okay, das Spiel kommt noch. Ah, jetzt ist der Ton auch da. Gut. Das hat ein bisschen gedauert, bis der Ton hinterher kam. So, Fortbewegung. Ganz klassisch wie ASD. Ich kann mit A lustigerweise so steuern. Mit QE kann ich so bewegen. Rechte Maustaus ist klar. Damit kann ich das hier... Aber wenn ich hier halte, kann ich die Kamera drehen. Ja. Sehr gut. Maus rein, zoomen, rauszoomen. Ich kann auch ganz reingehen. Ist auch ganz gut für Tandels oder so. Ich überprüfe mal, ob der Ton in Ordnung ist. So, ich habe so ein bisschen die Lautstärke verändert. Die Musik ein bisschen leiser. Dialoge ein bisschen lauter, weil das ist wichtig. So, und ja, da sind wir. Wir haben eine grundlegende Startaufstellung. So, wir sehen noch MMO-Inhalte, sag ich mal. Wir haben dann hier... Ja, ich würde sagen, das habe ich nicht verstanden, aber als ich das Tutorial-Video gesehen habe, habe ich es verstanden. Das ist meine Standard-Attacke, die 1. Das heißt, wenn ich zuschlage, das ist so das hier. Und das soll sich automatisch nach unten bewegen. Und entsprechend die austauschen. Deswegen auch der Pfeil. Werde ich noch beobachten. So, blockt Angriff und Halt dabei. Das klingt gut. Das ist immer gut, eine Hederfähigkeit zu haben. Und wir sind im Kampf. Die Verteilung von Shemur. Beschützt die Einwohner von Shemur. Sprech mit Corporal Bane. Also, die da vorne. So, man sieht auch, dass ich hier, wenn ich die Vollversion spiele, also die kostenlose, könnte ich natürlich auch machen. Und dann sieht man hier auch die Karte. So, immerhin sind wir im Tutorial. Besucht die Schenke, um Befehle von Fettwebel Walters einen entgegenzunehmen. So, da steht uns einer im Weg. Ja, habt ihr gesehen? Es dreht sich. Das heißt, es geht verschiedene Schläge-Typen durch. Was ganz gut ist. Ja, und die Welt ist im Chaos. Ist die Grafik auf dem Maximum? Nochmal gucken. Sicher, sicher. Am höchsten. Am höchsten. Hoch. Ja. Ultra. Ist auch hoch. Hoch. Aber das Spiel ist etwas älter. Erst können wir ruhig auf Maximum. Ist aber nicht ganz versichtlich ist hier. Bei allen sechs Glättern, was ist das? Das ist ja riesig. Ja, das hat er auch so direkt gemacht. Dann sieht das nämlich auch wesentlich schicker aus. Oder so schick wie möglich, sagen wir es mal so. Aber es sieht, äh, es sieht recht annehmlich aus. Es hat so ein bisschen die, äh, die Grafik von Neverwinter, wenn man so möchte. Vielleicht ein bisschen eingerosteter. Aber es hat was. Feldwebel Walters. Der steht hier um die Ecke. Und so sehen Dialoge aus. Feldwebel, noch mehr Zintauren auf der anderen Seite des Dorfes. Hauptmann Thackrey fordert Verstärkung bei der Festung an. Wenn er Hilfe anfordert, muss es ernst sein. Aber ich kann niemanden entbehren. Ich gehe hin. Hauptmann Thackrey war immer für Götterfelds da. Ich werde ihm helfen, wo ich kann. Und ich, ich kenne die Stimme von meinem Charakter. Das ist die Stimme, die wir in Neverwinter Nights 2 gehört haben. Also auch eine relativ bekannte Stimme, denke ich mal. Ähm, Synchronbereich. Geht zur Festung. Was ist da hinten? Geil, man sieht dann auch den Weg, den man gelaufen ist. Ah cool, ich kann sogar auf der Weltkarte laufen. Seht ihr das? Ich bewege den Charakter jetzt. Ist ja cool. Das ist wirklich geil. Oberhebene, Untergrund. Das gibt es also auch. Sehr schön. Ist ja auch geil. Das habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Wir haben 375 Leben. Bewegungstassen zweimal drücken, Y-Land-Fuhrung zurückweichen und Angriffen auszuweichen. Okay, das ist unsere Ausdauer. Überquert die Brücke zur Festung. So, ich werde bis Level 10 spielen, in etwa. Und es kommt Zentaurin. Und ich denke mal, wir sollen die jetzt verteidigen, die Brücke. Helft bei der Verteidigung der Feste gegen, äh, gegen Taminian Greifer. Das werde ich doch machen. Wenn wir Glück haben, kommen ja auch noch ein paar andere Spieler an. Achso, ich soll direkt bei der Festung, achso. So sind, so weit sind die alles schon. An die Verteidigung! Ah, da kommt sie. So, wir warten einfach, bis wir alle besiegt haben. Das ist schon am Anfang relativ einfach, denke ich. Oh, und jetzt kommt noch eine große Gruppe. Ich glaube, am besten ist es, drinnen reinzugehen, weil die... Da kommt der Boss. Da kommt sowieso her. Ach, jetzt rennt er, ja, okay, er rennt weg. Ich kenne das Intro. Ich gehe jetzt schon mal hin. Er ruft nämlich jetzt was hervor. Bei allen sechs Göttern, was ist das? Das ist ja riesig. Das ist eine Bedrohung, Soldat. Wir werden für die Königin Angriff! Das ist ein Erdelementar und, äh, so sehen Bosse aus, mehr oder weniger. Erledigt die Riesenhände! Dann stürzt das ganze Ding in den Zusammenhang! Das sind auch Vollmacht! Dann breitet die Köpfe und... Das haben wir euch bei mir, wenn ihr erschöpft seid! Ow! Ich stand da hinten noch. Ich glaube, wir sind tot. Königental. Ja, ich glaube, die Bedrohung ist instant eliminiert. Wo bin ich? Was ist passiert? Ihr wurdet verwundet, als der Elementar explodierte. Hauptmann Thackrey hat euch persönlich hergebracht. Ihr wart drei Tage ohne Bewusstsein. Ihr hattet viele Besucher. Bürger, die ihr gerettet habt. Einige Seraphen und sogar einen Adligen aus der Stadt. Er kam mehrmals her. Das ist bestimmt Fürst Fahren. Ich muss ihn aufsuchen, sobald es mir besser geht. Was sollte ich jetzt tun? Frische Luft und Bewegung sind die beste Medizin. Die Göttin Duana hat euch geholfen. Vielleicht könntet ihr anderen helfen. Das werde ich. Danke, dass ihr euch um mich gekümmert habt. Mögen die Götter euch segnen. Im Tal ist vieles zu tun. Duana schütze euch. Die Dialoge sind schön gemacht. Also ich fände das gut, dass es so aussieht. Das Inhaltsbuch weist den Weg zur Event in der Nähe an. Ansehen, Herzen, Speeren und unterforschten Gebieten. Solltet ihr euch hier verirren und nach etwas suchen, das ihr tun könnt. Titt, seht ihr nach. Übrigens, man kann hier auch ganz leicht verkacken. Man geht in ein Gebiet, wo man nicht hin soll und stirbt. So sieht das dann aus. Die Verteilung von Schema abgeschlossen. Das ist ein Questabschluss. Das bietet uns 72 Kupfermünzen, würde ich mal meinen. Und Erfahrungspunkte 1.900. Das sollte eigentlich für ein Level abreichen, glaube ich. War das nicht so? Ja. Ah, das. Stufe 2. Wir kriegen erhöhten Angriff. Präzision wird erhöht. Zähigkeit erhöht. Und Vitalität erhöht. Wie viel genau würde ich raten, denke ich. Ihr habt soeben eine Waffe erhalten. Eure Heldenübersicht zeigt Gegenstände aus euren Inventaren, die ihr ausgerüsten könnt. Und auch die Werte eures Charakters. Öffnet, indem ihr auf das Symbol in der linken oberen Ecke hart drückt. Die Centaurern waren genau hier. Dann sind sie fast liegen. Ah, diese dreckigen Viecher. Gut. Da können wir unsere Ausrüstung ansehen. Wenn wir nicht gekämpft hätten. Wählt einen Todesstoß, um eure Gegner zu erledigen. Schönes Ostermuster. Oh, zufällig. Zufällig ist immer schön. So, Ausrüstung. Da haben wir einen Streitkolben. Das ist natürlich besser. Und, ja. Ist seelengebunden. Was das auch immer heißt. Wahrscheinlich Count gebunden. Hoffnung Deutsch. Wir haben einen neuen Streitkolben. Wir haben eine neue Waffe. Wir machen mehr Schaden. Eure Werte haben sich verbessert. Kraft erhöht. Verursacht den Schaden. Präzision erhöht. Die Chance auf kritische Treffer. Zähigkeit verringert den erlittenen Schaden. Und Vitalität erhöht Leben. Ihr habt eure zweite Waffenfähigkeit freigestellt. Drückt zwei oder drückt auf den zweiten Hotkey, um euren neuen Angriff zu entfesseln. Okay, wir nehmen es an. Das ist die kommende Belohnung. Die interessiert mich noch nicht. Und, so muss ich glauben, es schmettert ein magisches Symbol auf den Boden. Das Gegner Schaden zuführen. Verbundete heilt. Ja, und dann kriegen wir eine erhöhte Heilung. Schöner Arschretter. Durchaus. So. Dup. Dann hatte ich doch mal... Wie war das? Post? Post? Hier können wir verschiedene Builds durchgehen. Schauen wir uns alles mal später an. Sprechen wir den Späher, um neue Ansehenherzen zu enthüllen. Die Felder hinter Shemore sind Krytas Kornkammer. Seit dem Zentaurenangriff versuchen die Bewohner, ihr Leben wieder aufzubauen. Doch mit den Banditen und wilden Tieren dort ist das nicht leicht. Wartet nicht auf eine schriftliche Einladung. Geht und helft ihnen. Das ist ja auch Stufe 4 und so. Also wenn ich das jetzt machen würde, wäre ich wahrscheinlich unterlegen. Dies ist eine... Dies ist eine was? Hilft der ja in ihrem Hof. Gut, ich würde mal sagen, wir machen ein paar Ansehenhäschen. Wir haben ein bisschen Erfahrung gesammelt. Es gibt anscheinend Mauts. Ich weiß nicht, eigentlich müsste man glaube ich auch auf so eine Art Bank zugreifen können. Geht das? Diese Rachen sind doch einfach nur zum Lachen. Falsche Wahl. Anfängerrucksack. Naja. Wollen wir mal. Zerstört die Straßensperre, die von einem Banditen errichtet wurde, um Schirmhausverkehr aufzuhalten. Wegmarkfelder, okay. Dann, warte mal, da. Warum da auf einmal? Ist da ein Kampf? Ach ja, hier auf einmal. Ich bin doch gerade durchgegangen. Wo kommt ihr denn jetzt auf einmal her? Ach, du willst mich angreifen? Was ist da ohne heute? Was ist da ohne heute? Das hat aber lang gedauert. So. Das jetzt war erfolgreich. Kriegen schöne Erfahrung. Gegnerin weg. Ja, es gibt Schusswaffen. Das ist schön, ne? Ich bin mit Leid und Seele Soldat. So, man kann teleportieren. Kostet Geld. Sehr schön. Dem Mann kriegt auch Geld für irgendwelche Hilfen. Heuballen übrig. Banditenwellen besiegen. Man taut die Fenster, glaube ich. Gott, da unten auch noch. Also, ich bin mit Leid. Ich bin mit Leid. Oh, 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 oh! So, da kann man es auch beschleunigen, beenden, sehr gut. So, da kann man es auch beschleunigen, beenden, sehr gut. So, da kann man es auch beschleunigen, sehr gut. Achso, das erhöht sich dann. Gut, dann kann ich das einfach mal so. Dann helfen wir auch mal, ne? Ich glaube, das einfachste, was man machen kann. Gönnt ihr euch auch dazu? Huch! Oh, ich wollte es nicht schlagen. Scheiße! Nö, jetzt will ich es auch umbringen, wenn es da ist. Winzige Klaue. Na ja. Flusslindworm. Ein Staudamm. Die haben einen Staudamm. Ich weiß nicht, es soll eine Mischung aus Mittelalter... Wie nennt man das? Eine Mischung aus Mittelalterwelt und... Neuzeit. Vorindustriell. Ich komme gerade... Es gibt, glaube ich, einen Begriff dafür. Ich komme gerade nicht drauf. Hm. Oh. Gut. Ja, ich glaube, ich habe ein Level abgekriegt. Juhu! Sehr schön. Hallo. Habt Dank für eure Hilfe. Ich weiß, dass wir... Ich weiß nicht, dass wir ohne euch getan hätten. Gibt es vielleicht eine Belohnung für solche tolle Helfer? Aber sicher. Hier, seht mal nach, ob es euch... Irgendwas davon euch zusagt. Joa, ich würde sagen... Es bringt Karma-Punkte, ne? Ein bisschen Accessoire in dem Wurmzahn. Ach, ich muss das kaufen? Das ist ja keine Belohnung. Wie? Pfff. Und das verkaufen, ne? Gut. Schauen wir uns das mal an, was ich da bekomme. Die kann ich doch sicherlich öffnen, ne? Oh, nicht schön wieder. Jetzt brauche ich Schlüsse dafür. Kämpfer müssen gut aussehen, um sich gut zu fühlen. Die ich natürlich dann kaufen kann. Für Geld. So brauchen wir Dietrich. Naja. Was bedeutet sein Schwert hat, um das Geld aufgeben zu können. Äh, wo war denn dein Charakter? Das Inventar. War das auf H? Ja, war auf H. War das jedenfalls nicht... Nicht so wichtig. Dann kann ich das auch verkaufen. Für sowas Schrott gezählt. So. Danke. Bitte. Ihr wollt... Ihr wollt... Ich wollte nur rasch für eure Hilfe in Weizenfällen danken. Jepp und ich wissen wirklich zu schätzen. Es ist heutzutage ganz schön schwer, etwas Essbares auf den Tisch zu bringen. Und was ihr getan habt, wird viele satt und zufrieden machen. Nochmals Dank. Achso, jetzt kriege ich das. Entweder freigeschaltet. Und da kriege ich Karma-Punkte. Und mit den Karma-Punkten kann ich was dann kaufen. Okay. Und wir sind Stufe 3. Gegenstände wie Taschen, Waffen und Rüstung können aufgerüstet werden. Öffnet euer Inventar mit I und macht einen Doppelklick auf Ausrüstung, um sie anzulegen. Habe ich schon. Spieler gegen Spieler. Nehmt den PvP-Teamklappe auf einen Punkt der Teil, besiegt eure Gegner und erhaltet Belohnung. Wir sollen mal gucken, ob wir das machen. Gut, ich habe vier weitere Plätze bekommen. Quasi eine erweiterte Tasche. Gut. Dann können wir Stufe 2. Dann können wir sagen, Fischer 12 ist das will er auch haben. Kann ich auch irgendwie hier einen Punkt setzen, dass ich hier eine Wegmarkierung... Ne, gut, dann... Aber ich kann ja auch so gehen. Hach. Schön immersiv. Gefällt mir. Gut. Arbeit, 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 Arbeit. Jetzt ist die Frage, greifen die einen an hier? Ich greife sie an. Gut. Aber sonst bringen sie, glaube ich, selbst gar keiner um. Das ist gut zu wissen. Bing. Überprüft die Fallen auf feindliche Kreaturen. Warnung, Brutmutter. Tötet Lindwürmer und Skale im Fluss. Okay. Das heißt, das ist unser nächstes Ziel. Okay.